Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde jetzt gerade in Konstanz angekommen. Ich gehe noch etwas Kleines für die Kamera holen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt gerade ein kleines Päckchen geholt. Ich mache es gerade einmal schnell aus. Ich hoffe, wir können es ein wenig erkennen. Ich nehme es mal hier raus. Und zwar. Und zwar ist da ganz einfach ein Windschutz für diesen kleinen Mikrofon. Es hat zwar hier schon einen dran. Aber wenn es mal ein wenig fest luftet, ist es zu knapp. Und darum habe ich jetzt hier einen grösseren Windschutz gekauft. Und damit soll es funktionieren. Ich kann es gleich einmal versuchen an einem Menschen. So, jetzt ist es gerade montiert. Es wird wahrscheinlich jetzt noch genau gleich klingen. Weil es luftet jetzt hier in der Ecke, wo ich bin. Und jetzt machen wir wieder auf den Weg nach Hause. Ich bin jetzt gleich der Zucker von Konstanz. Und jetzt kommt dann gerade noch ein Kollege vorbei. Der hat einen neuen Töff. Und dann gehen wir noch schnell eine Runde zusammen fahren. Und ich werde sagen. Ich zeige euch noch gleich schnell. Wir sind jetzt mittlerweile seit etwa eine Stunde am Fahren. Jetzt gerade in Aardorf. Und da kann ich auch mal den Töff und Kollegen zeigen. So. Ducati Haipo Motor. Jetzt halt leider noch die ersten zwei Jahre 35 Kilowatt. Und wenn ihr noch mehr Fotos über den Töff sehen. Schauen wir gerne, wie sie im Insta vorbei sind. Ist unten der erste Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's auch schon mit dem heutigen Video, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschau!